Crazy Ski Diese Truppe ist verwegen. Sie haben Power in den Knochen. Und sie flippen aus, wenn der erste Schnee gefallen ist. Dann kribbelt es in den Waden und Skitotal ist angesagt. Und alle Fans müssen dabei sein. Sie flügen die Hänge runter und jumpen in die Buckelpisten. Sie probieren die schärfsten Sachen aus. Beim Parachute Skiing riskieren sie Kopf und Kragen. Und die lästigen Gipsbeine werden locker mit links weggesteckt. Sie haben es voll drauf und ziehen die heißesten Spuren. Mit dem Helikopter geht es spacemäßig ab nach oben. Dorthin, wo noch keiner war. Wo alles noch frisch ist. Und dann wird runtergebügelt durch das weiße Zeug, das schärfer ist als jede Droge. Skitotal bis zum Abwinken. Auf diesen Film fahrt ihr voll ab. Crazy Ski aus dem Film fahrt ihr hoch. Vielen Dank.